Mein Name ist Maximilian Kraus, ich bin 20 Jahre jung und kandidiere auf Platz 11 für die Wiener Landesliste der FPÖ. Wenn ich einen Sitz im Parlament hätte, würde ich dafür sorgen, dass in Zukunft österreichisches Steuergeld nicht weiter nach Brüssel und Athen geschickt wird, sondern in die eigene Jugend investiert wird. Mein politisches Vorbild ist Heinz-Christian Strache, da er wie kein anderer Politiker auf die Interessen und Probleme von jungen Leuten in Österreich eingeht. Ich habe einen Strich links und einen Strich rechts der Mitte gemacht, da ich mich bei sozialpolitischen Themen sicher links der Mitte sehe und bei Sicherheit- und gesellschaftspolitischen Themen rechts der Mitte.